Hallo und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 18 Pack Opening zu den Once to Watch Karten. Und ja, wundert euch nicht, wenn das Video an einen anderen Tag kommt. Es kommt ein bisschen später, dieses Mal nicht direkt, nachdem ich aufnehme, sondern ein bisschen später, weil ich für die anderen Tage, beziehungsweise heute ja schon was gebracht habe. Aber ich wollte noch einmal zu den Once to Watch Karten ziehen. Eventuell gibt es dann noch ein zweites Pack Opening an dem Tag, wo ich dann dieses Video hochlage, aber das sehen wir, da will ich noch nichts versprechen. Und ja, mal gucken, wie viele Likes schaffen wir heute. Ich habe wieder geile Packs für euch. Ich will nämlich noch einen Once to Watch ziehen, habe hier noch ein paar schwächere, damit wir wirklich anfangen. Und ja, schaffen wir mal die drei Likes, fünf Likes. Was schaffen wir diesmal? Auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, like da lassen und kommentieren. Das unterstützt mich sehr. Und das ist ein normales Bonus Gold Set, was ich noch von den Tagesbelohnungen bekommen habe. Da erwarte ich jetzt nichts Gutes drin. Aber ich habe auch noch ein paar kranke Packs. Also von daher kann auch noch was Gutes rauskommen. Und den Rest kann ich abstoßen. Da kann ich wieder ein paar Coins mitmachen durch abstoßen. So, dann dieses Nur-Spieler-Set und dann dieses Jumbo-Gold-Set als nächstes. Mal gucken, was wir rauskriegen. Wie gesagt, ich habe ein paar schlechtere Sets, habe auch ein paar gute. Und es wird nicht mal ein seltener Gold-Spieler. Aber einer, der gut zugebrochen ist für SBCs. Da kann man ihn gut eintauschen. Pröp-Pröp-Pröp-Pröp-Pröp-Pröp-Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Scheer, okay, interessant aus der spanischen Liga. Ein Bronze-Russe ist der seltener hier drin, okay. Noch ist alles easy. Dann dieses Jumbo-Gold-Set. Danach 15 K-Packs habe ich noch. 25, ich glaube auch ein 45 K-Pack. Ich weiß es gerade gar nicht. Wall, okay. Argentinien, Innenverteidigung, Milan. 83er Muchachio. Eine Wall gezogen. Ich habe da gar nicht mit gerecht, dass ich hier eine Wall rausziehe aus diesem Pack. Weil ich dachte, das ist einfach schlecht. Okay, das ist ein interessantes Pack. Esser. Esser ist ein Gold-Toyota von Hannover, okay. Okay, Toyline ist R-A-V, okay. Krank. Ja, und dann hier ein paar Sachen, die man verkaufen kann, die man zu Coins machen kann. Einen doppelten aus der Major League. 1000 Münzen nehme ich natürlich gerne mit. Einen doppelten Ball. Das kann nur der Major League Ball sein. Ja, richtig. Auch auf die Transferliste. Und das kann ich abstoßen. So, dann 25k-Set. Ja, ne? Ne. Kommt später. Ich wollte das jetzt ziehen. Von den Top-Partien dieses Mal. Da sind zwei seltene drin. Da muss ja auch wieder eigentlich theoretisch wieder eine Wall drin sein. Hoffe ich doch mal schwer. Wie beim letzten Mal. Ja, oh Gott. Das wird innen von Deutschland. R-A-V, Freiburg. Genial. Das ist Stenzel. Kann ich den gebrauchen oder verkaufe ich den? Okay. Ich habe... Ey, das ist ein geniales Pack. Das war von den Top-Partien. Und noch... Ähm... Ja, kann ich jetzt gerade nicht aussprechen, wie der heißt. In-Form gezogen. Genial. Mein erster In-Form mit FIFA 18. Erstmal zum Verein. Nein. Okay. Dann 15 K-Packs, ne? Wir haben jetzt hier das. Ich glaube, ich als letztes dieses Electrum Prime Set. 15 K-Packs. Drei Stück. Und mal gucken, was es wird. Ne, es wird diesmal keine Wall, okay. Aber es wird immerhin ein seltener serbischer ZDM aus der portugiesischen Liga. 82er knapp an Wall vorbei. Ey, geil. Aber trotzdem. Genial. Ich habe jetzt mal meinen ersten In-Form in FIFA 18 gezogen. Ich habe ja schon einen Wants-to-Watch gezogen. Da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Das können wir abstoßen. Das kommt hier alles auf die Transferliste. Wir müssen Münzen machen. So. Liverpool-Trikot werde ich behalten, denke ich mal. Ja, das werde ich behalten. Ich mag Liverpool. Haben ja auch eine Fan-Freundschaft mit meiner Mannschaft. Mit Gladbach. Und das werde ich abstoßen. Deswegen kann man Liverpool-Trikots gerne mal behalten. Nächste 15k-Set. Für einen Spieler. Ja, das lädt immer so lange im Moment. Da weiß man nie, ob was Gutes kommt. Aber es wird wieder nichts Gutes. Schade. Einer von Wolverhampton. Aber der ist noch schlecht. Aber egal. Egal. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Gucken wir, was wir hier drin haben. Interessante Spieler. Mal gucken, ob ich den einen oder anderen spielen kann. Rest kommt auf die Transferliste, was sich verkaufen lässt. Und den Rest wird wie gewohnt abgestoßen. Inter-Trikot. Können wir nochmal gucken, ob das was wert ist. Doppelter Spiele aus der Ehrendivise. Wird natürlich auch verkauft. Könnte auch noch einiges an Münzen bringen. Was ging jetzt am Anfang? Ja, 5,5. Ja, okay. Für 5,5, 600 geht das auf jeden Fall weg. Das soll ja schnell weggehen. Soll keinen Platz wegnehmen, dieses Inter-Trikot. Und ja, ich kriege zu schnell. Da habt ihr auch gerade nochmal kurz meine Trikots gesehen. Nächste 15k-Set. Ich hatte leider 11 Packs. Aber ist egal. 11 Packs ist besser als gar kein Pack. Und ich habe mich sogar schon in Form gezogen. Und es wird diesem Mal auch keine Wall. Schade. Es ist ein Pogba. Ey, der sieht ja total alt jetzt aus auf diesem Bild. Das ist ja der Bruder von Paul Pogba. Bei den anderen Bildern sah der besser aus letztes Jahr. Da sieht er total alt aus, wenn man den so sich anguckt. Stocker. Nice. Ja, Verträge kann man immer gebrauchen. Rest kommt wie gewohnt auf die Transferliste. Oh, Mann. Da ist ein RM zu rechter Flügel. Kann ich auch verkaufen. Ich glaube, das bringt nichts. Ist nichts wert. Weil wir gibt es schon in den Torwart-Push-Karten. Ähm, nö. Kann ich abstoßen. Ja. Der Rest wird auch abgestoßen. Ich dachte, die sind was wert. Aber die sind nichts wert. So, was ziehe ich als nächstes? Normale 25k ist etwas. Das ist aber besser, glaube ich. Welche sind eigentlich besser? Ich weiß nicht. Schreibt man in die Kommentare, welche ihr besser fehlt. Ich ziehe jetzt das mit alle selten 12 seltenen Objekte. Und es wird auch keine Wall. Schade. Und den habe ich schon. Figuli. Habe ich schon. Schade. Aber der bringt vielleicht noch ein paar Coins. Aber ich denke mal nicht, dass er so viel wert ist. Und zwei von einem Verein. Okay. Wir können ja mal gucken, ob dieses Dortmund-Wappen noch was wert ist. Wir gucken mal kurz rein. Den Rest können wir auf jeden Fall definitiv abstoßen. Und wir kommen jetzt zu den spannenden Packs. Ähm. Naja. Kann ich auch abstoßen eigentlich. Bringt nix. Wer schon so für 250 da angeboten wird, für sofort kauft, dann macht das nur die Transferliste voll. Die goldene Mitte von diesen 25k Packs. Okay, komm. Immerhin habe ich schon in einem zwei seltenen Spieler-Set ein Info-Bus. Wants to watch. Okay. Also aber kein guter, glaube ich. Das ist Salah von Liverpool. Ach du Scheiße, sogar noch der nächste Walkout. 83er Salah. Wants to watch. Boah. Ich muss wissen, was der Wert ist. Definitiv. Was haben wir noch hier drin? Ach, nur sonst nur Schrott. Aber egal. Er ist mal zum Verein. Auf die Transferliste. Boah, das ist ein heftigster Pack-Opening in FIFA 18, was ich bisher hatte. Eine Wall. Einen Walkout. Äh, zwei Walkout. Ich glaube, der jeden Fall war auch ein Walkout. Ja, Junge. Jungs. Kranke Scheiße ist der was wert. Ey. Genial. Salah. Oh mein Gott. Okay, ich raste gerade ein bisschen zu übertrieben aus. Aber definitiv. Yes. Der werde ich definitiv verkaufen, weil ich brauche die Coins noch. Boah, kranke Scheiße. So, nächste 25 Kast. Jetzt bin ich gehyped. Jetzt bin ich gehyped. Aber ich kriege, glaube ich, jetzt nicht noch eine Karte. Das wäre zu viel des Guten. Wall. 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 Frankreich. Linker Flügel. Payette. 84er Payette. Ist das aber kein Walkout. Glaube ich. Das gehört mir noch was wert. Vielleicht verkaufe ich den sogar noch. Wenn der jede Menge wert ist. Boah, krank. Das letzte Pack wird schlecht. Ne, der ist nichts wert. Kann man erstmal behalten. Kann man eventuell für irgendwelche SBCs mal eintauschen. Da habe ich noch einen doppelten. Den habe ich eben schon gezogen. Rogotta von Frankfurt. Ex-Gladbacher. Nice. Zum Verein. Transferliste. Und jetzt kommt das letzte Pack. Letzte Pack. Komm schon. Drei seltene Karten sind da drin. Nur Spieler. Ne. Schade. Aber immerhin Salah gezogen. Ey. Das ist krank. Und das ist Schopo Mutting. 77er. Heftige Scheiße. Jungs. Genial. So. Dann sind noch zwei Doppelte. Die kommen noch auf die Transferliste. Und lasst auf jeden Fall für den Salah mal ein Like da. Und wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar. Vielleicht schreibt ihr nochmal rein. Was ihr gezogen habt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Hoffe es hat euch gefallen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.